Tür oder Fenster kaputt? Geben Sie die Reparatur in professionelle Hände. Schreinerei-Restaurator Bernhard Pirker ist auf die fachgerechte Reparatur Erneuerung und Abdichtung von Fenstern und Türen aus Holz, Kunststoff und Aluminium spezialisiert und übernimmt Verblechungsarbeiten sowie Rolloreparaturen. Auch sind wir Ihr Ansprechpartner für die Sonderanfertigung von Möbeln, Schellackpolituren und die Restaurierung von Holzobjekten. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020